Müsste ich live sein heute mal ohne Musik, weil ich glaube, das Stream wird eh nicht lange gehen, von daher. So, gehen wir an die Welt, ich hoffe. Okay, ich spiele einen an, ja, 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 alle Nutzer auslegen, ja. Baker brauche ich nicht. Ja, was ist das? Sprachschätze mache ich nicht. So, Multiplayer. Fähre ich ein andern Mal. Aber heute noch nicht. So. Ne, so in der Multiplayer, weil ich mach mal eben mein Bildschirm heller, weil ich absolut nichts sehe. Wollte ich das machen? Hier. Wo ist mein Ladekabel? Hier, gut. So, vielleicht starte ich doch, mach ich doch Musik an, das wäre, glaube ich, besser. Das ist ja doch, ich mach Musik an. So, aber erstmal die Abschwemmung wieder. So, gut. Moment, ich glaube, ich habe gerade irgendeine Kopfschmerz-Musik an. Das ist ja mal ganz schnell leise. Das ist eine Wüste, aber ich will ja keine Wüste. Dabei, Kaktus. Oh, da sind du auf. Oh eh. Ah, ne, bin ich nicht, okay. So, mein Kanal. Und, hi, willkommen. Wenn du mitspielen willst, ich gehe zum Dorf. Wenn ich überhaupt alles richtig eingestellt habe, was ich hoffe. Und, vielen Dank für den Follow. So, dann, ja, jetzt kann ich die Musik anmachen. Oder ist die, ich hoffe, die ist nicht Copyright geschützt. Wenn doch, egal. Ist das ein Dorf? Ich glaube schon. Das ist Werbung. Ich will keine Werbung. Ja, das ist ein Dorf. Wollte fragen, ob du gegen mich PvP machen kannst. Äh, vielleicht morgen. Was ist das? Okay. Wenn ich morgen streame, es kann nämlich sein, dass ich morgen nicht streame. Aber dann halt. Ich schau, nee, jetzt. Okay, gut. Dann habe ich, denke ich, alles richtig eingestellt. Ich habe nicht mal Holz. Ja, hole ich mir mal das Holz. Und Jan, hi, willkommen. So, wo war das Dorf nochmal? Ich habe keine Orientierung. Ach, da. Hi. So. Äh, ich habe keine Ahnung. Das reicht eigentlich nicht aus. Das war mir egal. So. Wie geht's dir? Ganz gut. Und selbst. So. Und? Okay. Auch gut. Ja, das ist schön. Äh, ich denke... Äh... Moment. Omelette. Okay, dann muss ich hier nicht. Die ganze Zeit. Okay, ich rufen. Laptop, die Nachrichten sehen. Das ist ein großes Dorf. Äh, ich wollte eigentlich beitreten, aber... Du brauchst Xbox Live dafür. Äh, ich... Ich bin angemeldet in Xbox. Ich habe einen Xbox-Account und ich bin auch angemeldet. Zumindest müsste ich angemeldet sein. Okay, aber es ist du mich nur... Mal kurz... Äh, auf Minecraft. Äh... Ähm... Wo kann ich das denn machen? Weil ich spiele auf PC. Ah, okay. Spielerliste. Ah, hier, ins Spiel einladen. Äh... Stream-Dashboard. Toxic... Im Moment, okay, ja. So, ähm... Ah, ich gehe doch auf Stream-Dashboard. Dankeschön. So. LVP... 9... 9... 4... 3... 4... 5... 6... So. Äh... Was auch immer. Ich habe kein Bett. Warte kurz, mache meinen PC an. Okay. Es kann durchaus sein, dass das Stream heute eventuell nur, keine Ahnung, 20 Minuten oder so geht. Ah, ich habe heute nicht so viel Zeit. Oh, ein Kartentisch. Okay, ja. Ja, vielleicht habe ich morgen ja mehr Zeit. Oder übermorgen. Das sind ja die Tage, wo Multiplayer-Streams sind. Ne, das will ich nicht machen. So. Ähm... Das sind eine Menge Häuser. Äh, ich habe morgen halt keine Zeit. Okay, ja. Es kann auch sein, dass ich morgen absolut gar nicht streame, weil... Manchmal, manchmal habe ich wirklich auch absolut keine Zeit oder habe absolut keine Lust. Ähm... Aber ich versuche jeden Tag zu streamen. Ja, nice und cool und cool. Au. Ich bin gleich tot. Okay. Ähm... Ignorieren wir das. Oh, da war Eisen. Ich hatte eh nichts. Also von daher... Und Scoffy ist da. Hi, willkommen. Schön, dass du da bist. Und... F-L-M-N-G-G-Force ist da. Hi, willkommen. Er hatte einen Dreizack. Achso, okay. Speedrun? Was? Was für ein Speedrun? Hallo, hi, Scoffy. Ich mache einen Speedrun. Hätte sie keine Chance. Ja, stimmt. Und Ayman, 123 ist beigeret. Hi, willkommen. Es ist schon dunkel. Was? Ich habe nichts. Ich mache aber Speedrun von Spongebung, Spongebung, Kumpf, Gelbe Rächer. Ja, keine Ahnung. Ein Spiel, für das sich niemand interessiert, weswegen ich auch einen Weltrekord da drin habe. Oh, hi, danke. Danke. So. Habe ich Speedrun in meinen Titel? Nein, Moment. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier nur kurz mit euch Minecraft, okay. So. Ist hier irgendwo eine Werkbank? Nein, ist nicht, okay. Stecker. Wie heißt es auf Minecraft? Moment. YouTube Endless Hopes heißt es. Ja. Okay. Haps. Das ist gut. Neh, ich behalte ein anderes Bett mit. Ich habe die Playlist immer noch nicht sortiert. Was ich machen wollte, da war ein Enderman. Hm, ich hasse diese Zombies. So. Oh nein. Oh nein. Von Zombie-Dorf-Bewohner. So. Ah, hier, okay. Wo bin ich überhaupt noch mal gestorben? Ich weiß es nicht. Cooler Hintergrundmusik. Danke. Ich muss die Playlist irgendwann mal anpassen. So, jetzt ist von Joshua Mario Bros. was. Davor war, ja, von irgendeiner komischen Creepypasta, sag ich mal. Piracy is no Party von Mario Party DS. Vielleicht war jetzt, sagst du was, Joey Pelloni. Das war letztes Jahr ziemlich krass im Trend. Und auf einmal hatte jedes Spieler einen Anti-Piracy-Screen. Und einige Leute dachten auch noch, dass es echt wird. Also, was ziemlich witzig. Ah, jetzt ist es leider vorbei. Ist ein bisschen schade. Aber hey, er macht ein Q&A. Was von daher. Dazu. So. Soll ich den Enderman angucken? Warum sind hier eigentlich Knöpfe? Wofür? Wer verfolgt dich? So. Nicht gegen den Kaptus laufen. Okay, was machst du denn da? Dadurch kannst du nicht. Du kannst nicht durch ein Loch teilgehen. Ich hab mal gehört, wenn du einen Enderman anguckst und danach, wenn er dich angreifen will, musst du ihn nochmal angucken, dann ist er wohl gestackt. Was? Hab ich noch nie gehört. Ah, Brot. Cool. So. Ist das ein Zombie? Probier's mal aus. Ähm. Ja, das ist ein Zombie. Kann ich machen. Ja, so gut. So. Ähm. Wo ist denn der Enderman hin? Ich seh schon, ich sterb gleich einfach nur, weil... Ich seh' jetzt schon. Oh. Hier ist nirgendwo ein Enderman. Das ist hoch. Wann war hier doch die ganze Zeit ein Enderman? Wo ist der hin? Die ist einfach weg? Ah, keine Ahnung. Warum gibt's mir so viel Brot? Warum gibt's mir das Brot wieder? Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, okay. Ah, die nehm ich mit. Das ist jetzt meine. Das ist jetzt meine. Ja, nein. Ja, nein. Ah, nein, das Verbindungsverband ist nicht stabil, das ist nicht gut. Ah, der Schott im Kaktus. Man kann Sand auf... Man kann Blöcke auf Kaktin setzen? Okay. Okay, cool, du bist in einem Spiel drin. So. Ich wollte mir Stein holen, schon die ganze Zeit, aber ich mach's einfach nicht. Warum, weiß ich nicht. So, ich will mir da drüben steigen, ich hab keine Lust auf Sand. Wobei, war hier nicht irgendwo vor ein Stein, egal. Da ist Stein. Ich will keinen Sandstein. Ich dachte grad, da wär jemand, beziehungsweise ein Gegner. Oh, hier ist 22 Brote. Was ist da denn los? Da hab ich nochmal, äh, die, äh, Werkbank hingetan. Irgendwo. Zombie-Dude, tötest nicht den Dorfbewohner. Ich will noch traden. Falls du gute Trades hast. So, S-Lag, ja, das ist leider doof. Und Scoop ist bei Getretenhai, willkommen. Wo hab ich denn die Werkbank hingetan? Moin, ja, moin. Also, immer mach ich mal da eine weitere. Naja. Wobei, war die hier nicht oben? Ja, da ist sie. Naja, ich hab fast verschwendet. So, warum wollte ich so Werkbanken? Achja. Und dich. So. Das ist doch was Rieses. Merk ich gerade. Was ist das eigentlich für ein Riesengebäude? Kann man hier rein? Ja, kann man. Ich will wissen, was hier ist. Äh, Leute fragen mich immer, wie man Custom Capes macht. Also, die Random Capes, die keiner hat, nur ich. Ja, okay. Das ist mir eigentlich relativ egal, wie man Capes macht. Ach, hier sind ich Ruhe. Ah, hier hat man, okay. Cool. Ja, das ist hoch. Na, dann hab ich hier irgendeine Nachricht gesehen. Na, hab ich nicht. Okay, gut. Aber die Swimikverbindungen ist wieder nicht stabil. Das ist nicht schön. Ich hab einfach 80 Billionen Brote. Also, was sind da los? 28. Das sind doch mal ganz viele. So. Äh, wo ist... Ach ja. Äh, was hast du nur so aus Interesse? Was hast du so? Okay. 22 Orten für einen Emerald und einen Emerald für sechs Brot. Ja. Das ist ein guter Trade. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ah, ein Babydorfbewohner. Ist hier irgendwas? Wofür ist das eigentlich gut? Ich kann das abbauen. Und Kingess hat das Spiel verlassen. Okay. So. Keine Ahnung. Was... Was liegt da? Was ist das? Ach so. Kaninchenfleisch. So. Ähm... Wie spät haben wir es eigentlich? 14.02 Uhr. Okay. Ein paar Minuten gehen noch. So. Das ist ein wirklich kurzer Stream. Oh, wow. Die beiden sind noch ein Weizen. Na, du pflanzt nix an. Okay. So. Na, hier ist Stein. Ich seh schon... Sand fällt auf mich gleich. Nicht? Nicht? Okay. Kein Sand fällt auf mich. Das ist gut. Äh... Das, was du gerade abgebaut hast, ist wichtig, wenn du voll weit bist in dieser Welt. Oh. Okay. Gut. Dann baue ich es wieder hin. Ich baue es... Wo war... Wo war denn das? Äh... Es war hier nicht. Ist ja auch nicht. Egal. Kommt halt irgendwo hin. Und... Amoha, folg dir. Vielen Dank. Für den Follow. Nee, ich meine, wir brauchen das. Okay. Gut. Deine Händen ist es besser. Wee. Wee. Ähm. 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 Vielleicht will ich irgendwann grüne Wolle machen, was ich zwar nicht glaube, aber anderes Thema. Du, hier kann... Mache ich zwar nicht. Mache ich jetzt... Ähm. Gut, aber... Ich würde den Stream jetzt aber auch schon beenden, denn... Ich habe wohl nicht mal so viel Zeit. Ich muss natürlich noch ein paar Sachen machen. Deswegen würde ich den Stream jetzt auch schon beenden. Ähm. Deswegen... Wir sehen uns. Das war wirklich ein sehr kurzer Stream. Ich hoffe, der Morgen-Stream wird länger, wenn ich morgen streame, was ich hoffe. Oder übermorgen. Was ich auch hoffe. Deswegen... Sehen wir uns irgendwann wieder. Bis dann. Und... Ciao. Ciao. Ja jetzt. Ja jetzt.